Na, wie findest du mein altes Mädchen? Das ist Matrosensprache, weißt du? Ich wette, ein Großstadtkind wie du hat das noch nie gehört. Ah! Ist das deins, Bill? Ja, genau. Kompliment, ich finde es ziemlich beeindruckend. Du auch, Koko? Na ja, danke schön. Aber wenn Sie erst mal Herrn Quints Walfangboot sehen würden, das ist vielleicht eine Wucht. Zieht die Netze ein, Männer-Ei-Ei-Kapitän?